Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem neuen Part Donkey Kong Country Tropical Freeze So, Welt 3 Ist angesagt Ach ja, Welt 3 Ich weiß nicht Aber ich glaube Welt 3 war nicht so lang War nicht Welt Obwohl, ne, es ging noch da oben noch voll weit Es ging noch voll lang weiter Oh, das brennende Level da Oh, das wird glaube ich auch ätzend Oh shit Ich dachte, der fliegt einfach nur hoch und runter Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet 79 Leben Was ist denn da los Hä, hatte ich nicht viel mehr Oh mein Gott Wo sind meine Leben Wo sind meine Leben Ich weiß es nicht Hä Was habe ich denn gemacht So lange ist das noch gar nicht her War das nicht gestern oder vorgestern Oh yeah, das ist klar Hä Was habe ich Bitte, was habe ich gemacht Ach, das war Ach ja Wow Der Boss Der Boss war ja so anstrengend Die Eule da Nein Gut, dass mir das wieder eingefallen ist Ja, ist eigentlich scheißegal Aber Aber trotzdem in Ordnung Dass mir das wieder eingefallen ist Da unten ist ein Pass Wo ich Nicht unbedingt rein will Aber Man kann es ja mal erwähnen Da müssen wir jetzt Ins andere Fast erstmal Okay Ah, da knackt erstmal mein Daumen Cool Oh, das Oh, das Oh Nice So Ja, einfach durch, ne Oh, das ist so chillig Wenn man das nicht alles einsammeln muss Es ist einfach so chillig Das ist ja unglaublich Oh shit Oh shit Okay, so schwer ist das Level nicht Pass auf, Alter Gleich Gleich passiert's Gleich passiert's Ich sehe's schon kommen Ich weiß leider war nicht mehr Das Ah, okay Ich weiß leider nicht mehr das Äh, äh G Aber das G war leicht Ja Tatsächlich War das total einfach Oh Gott Ich bin zu gefährlich Einfach weiter Oh nein Und jetzt kommt noch so eine Stelle Okay, die ging tatsächlich ja auch Sah halt viel schwerer aus Gerade irgendwie Irgendwie ja Schnell rüber Festhalten Cool Und Nice Ist hier schon Ende Ich glaube ja Tatsächlich Yes Ich will das DK haben Und Shit Also wenn wir Ähm Das in diesem Tempo weitermachen Wenn ich das Tempo halten kann Dann wäre das so geil Wäre das aber immer mega krass Das wäre Richtig gut, ja Das wäre sehr gut Ähm Bau Babb Watt Buhi Watt 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 Bau Babb Bui Daran kann ich mich jetzt mal so gar nicht erinnern Aber Okay Ich weiß ja nicht Was das jetzt war Komm schon mal so ein springender Hoppelhase an Oh war das Das am Ende mit dieser großen Oh nee Oh Gott Oh Gott Nee Das äh Das kann Failpotenzial Ne Haben Ach warte ich muss da dran ziehen Okay Ziehen wir nochmal schnell dran Komm ich da hoch Ja Nee Ja oder nee Nö Wow Ach guck mal Muss ich hier drüber Also hoch Ja muss ich Okay Schöne Sache Ja super Schöne Sache Ich hab's ja gesagt Achtet man einmal nicht drauf Und dann kommt auf einmal Auf einmal Zack Und dann ist man Tot weil das von oben Irgendwo runterfällt So schnell ziehen So kürzen wir alles hin ab hier Ich bin auch irgendwie jetzt schon wieder da Wo ich eben war Nur das kam mir viel schneller vor Ich glaube das war auch viel schneller Was hab ich denn eben gemacht Nein Brauchtest was hier Zack Nein Du nicht Du lässt das gefälligst Oh Gott Nein das ist Oh nein das ist NSV Oh Gott Das NSV Nein Oh Gott Na Hohoho Gut Ich hab's geschafft Noch nicht das Teil Oh nicht Nicht diese Stelle Oh das Puzzleteil war so dreckig Gut dass ich das nicht machen muss Das wäre so schrecklich Diese Qualen Oh Mann So beim O angekommen Nach ein paar Toden Aber ich bin mal geschafft Hier wieder hinzukommen Und jetzt einfach Jetzt geht's einfach nochmal weiter Also nicht wundern wenn ich Viel Leben verloren habe Ja Das war alles hier in dem Level Okay Das hätte ich geschafft Hier waren wir ja schon Na hier ist Ah die Stelle So weiter Weiter Mir fehlt nur noch das G Das G war doch Irgendwo Ja wie soll ich das jetzt erklären Keine Ahnung wie ich das erklären soll Ich erklär's einfach gar nicht Man wird's ja sehen So Guck mal da ist die oben schon So und jetzt ganz am Ende war das G doch oder nicht Oh mein Gott Wie knapp So Einfach hier festhalten Runter Und hoch Geh hoch alter Geh hoch So Nein ich hab das DK Und Oh Münzen Schon wieder Münzen Man kriegt doch voll viele Münzen Oh voll Ich verstehe es einfach nicht Mann das ist doch der letzte Müll Echt jetzt mal Und für dieses Level hab ich jetzt voll ewig gebraucht Äh so Samba im Sturm Ich hoffe das ist Wieder ein bisschen angenehmer Muss jetzt nicht leicht sein oder so Aber ein bisschen angenehmer Aber ein bisschen angenehmer wenigstens Das ist wenigstens nicht so ankotzt ey Mann das Das hat schon echt genervt gerade Aber okay Aber okay Aber okay Aber okay Wie war denn das nochmal Die machen einen Die wirbeln einen immer dahin wo Der gerade in die Richtung fliegt oder war das nicht so Schnell durch Brandi What Ja keine Ahnung Ja keine Ahnung Also ich weiß ja nicht aber Ah da ist das Das ist N K K natürlich Ah nein Was geht jetzt ab War's das jetzt Ich glaube das kommt nochmal oder Hä wieso bin ich tot So was geht halt wieder so Das geht gar nicht So was geht gar nicht man Warum denn Oh man Ja ist richtig Ist richtig Man kann es auch übertreiben Echt Schnell Ja Auf jeden Fall Das coole ist dass ich Auf Rami da schießen kann Das ist nice So Wow Ich weiß nicht was jetzt noch kommt Okay Okay wahrscheinlich Ja Und wieso Hä Hat man da nicht einfach nur Rami verloren Ist man halt gestorben Leil Kann ich mich nicht dran erinnern Ups Also nicht wirklich Kann ich mich irgendwie wirklich nicht dran erinnern Oder Ich bin mir Ehrlich gesagt Oder vielleicht hat man doch ein Leben verloren Und das ist Und Rambis weggelaufen Kann auch sein Ich weiß es nicht mehr Wirklich Sorry Keine Ahnung Nein Nein Oh mein Gott Oh mein Gott Okay Erstmal weiter Nein So schnell durch Oh mein Gott Naja Bringt dann auch nichts wenn er noch ein Rami Fass ist Weil Wenn man eh instant stirbt Man jetzt Rami hat oder nicht Ist ja irgendwie egal Aber man muss schnell laufen Aber ich will nicht schnell laufen Oh genau Genau Deswegen Alter Komm weg da Ich hoffe da kommen jetzt keine Blitze mehr Oder was auch immer das sein soll Das geht ja noch In die Voreinkommen Äh G fehlt noch Hier kam noch irgendwo ein Bonusfass geflogen oder nicht War das nicht so? Richtig Ein fieses Fass Okay Mal gucken ob ich es jetzt schaffe Ja Wäre das ein brennender Gegner gewesen Wäre ich jetzt schon wieder tot Aber okay Bis jetzt ist ja alles in Ordnung Scheiße Das gibt's doch nicht Überspringt man damit was? Ich hoffe es Ne Wenn man hiermit nichts überspringt Ja gut Ne hat man nicht Super Wurde noch ein bisschen zurückgebracht Okay Okay Das ist das gehe Und Alter 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 Brennender Gegner Natürlich Ich meine der brennende Gegner stirbt doch nicht oder so Hallo? Oh Gott sagen Wie soll ich das denn jetzt schöner machen? Leben bitte Oh man Münzen Mann Was soll nass Leck mich doch Das kann doch nicht euer ernst sein dass ihr mir nur Münzen gibt Immer nur Drecksmünzen Mann Ich meine ich brauche Leben Gerade Gerade brauche ich Leben Ja aber Eigentlich auch nur gerade Aber es geht Einfach weiter Einfach Weiter hier Feuer Wasser Limbo Ob das jetzt Leicht oder schwer wird Kann ich eigentlich so nicht sagen Dazu weiß ich das noch zu wenig Gerade Ich hasse diese Gegner Mann Die sind irgendwie komisch Die sind irgendwie richtig komisch Sind die Boah da war ein Gegner einfach mal Drinnen aber okay Okay Ist ja in Ordnung Der fängt einfach automatisch an zu brennen Läuft Och Gott ich könnte so ausrasten gerade So das muss man erst so genau Und dann einfach normal weiter Logisch hat der brennende Pfeile Würde ja auch sonst keinen Sinn machen Genau Nein Wow Nein Was kommt denn hier raus Ich brauche Brauche ich dafür Okay Na im Ernst Okay Gott Ich wollte ja schon fragen Brauche ich die dafür Aber ja brauche ich Das ist auch nicht gerade ungefährlich Da unten Ja Deswegen vermeiden wir das mal lieber auch Das N Wie komme ich an das N Achso das geht noch weiter hoch Ja Dann ist Scheiße Komm hoch Okay nice Warte das war das N Ja okay Nochmal sicher gehen Wow Ich habe mich eigentlich schon früher geduckt Es macht keinen Sinn So diesmal Ein Stück weiter hier War dieser Vogel Und da sehe ich doch was Was ist das Bestimmt was Ach ja klar Logisch Den fuck habe ich den Wurr noch Okay Hier war das G Der war eine Banane Ja jetzt ist eine Staude Sehr schön Naja Okay und jetzt Bitte nicht Den Sprung versauen Den hier Der total einfach ist Ist das nicht egal Ist das egal Sagt mir egal Alles ist mir gerade egal Hauptsache ich kann In Siehe Ja Dankeschön Sehr nett Von dem Spiel Dass sie mir das Thema Gegeben haben Und eins würde ich sagen Können wir noch machen Doch Denke schon Bloß welches Eigentlich Ja Eigentlich Müsste das jetzt dran kommen Und das kommt auch dran los Kommt dran Ob ich das ganz mache Überlege ich mir Wenn Wenn ich spiele Panelparanoia Mal Ganz Gut Überlegen Was das hier war Für ein Level Ne Sagt mir Nicht viel Und nichts Gutes Also Ich schätze Es ist nur mit den Plattformen Oder Oh Gott Ah Ein bisschen Doch Ja Da war doch Eine war richtig scheiße Eine Stelle war doch Einmal war doch Eine Stelle richtig scheiße Das Gute bei den Leveln Ist halt Dass man hier gar nichts sammeln muss Wirklich null Also jetzt gerade Ne Sonst Ne Puzzleteil Aber jetzt Auch nicht Hä Wahrscheinlich Das ist schon wieder Zum Kotzen Ist das schon wieder Und so lächerlich Ne ey Komm Schaffst du Ja Dankeschön Na Eine Münze Können wir gebrauchen Tatsächlich Hab mich zu aufgeregt Dass wir Münzen bekommen haben Aber damit können wir uns ja Leben holen Also Ich schätze Das müssen wir irgendwann machen Ja ich kann sie mir auch farmen Ein Level Aber da kann man sie sich auch einmal kaufen Ich mein Ich habe bald schon wieder Ich habe bald schon wieder 999 Münzen Und ja Was soll ich mit denen denn noch Ne Das war schon wieder zu knapp Ne Aber okay Zack Zack So jetzt Kommt der schwere Teil Glaube ich Jetzt kommt er Ist der schwere Teil Ja genau Äh Bananen Wow ich habe es geschafft Ich kann einmal kurz nichts sagen Ist mir geradezu krass Obwohl jetzt Ja jetzt geht es Jetzt geht es wieder Das ist jetzt nicht so das schwerste hier Oh Mist Das wäre die Münze gewesen So was gibt es hier schönes Zack Einmal alles einsammeln Und eine Münze Ich warte lieber Einmal länger warten Ist Saver Wenn man das so sagen kann Saver Ist hier irgendwie komisch an Aber das hier nicht auch ganz komisch Wo man da rauf springen musste Ja Genau Leck mich So mal gucken Ob ich es jetzt nicht kriege Keine Ahnung Ob das jetzt so Ich habe es geschafft Also was wollt ihr Lass mir Ruhe Ich habe es geschafft Ba 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 Saver Homem A Sveriges Geschenke Wo einfach nur nix drin ist Oder was ist da drin Eigentlich ja nix Denn ehm Die Artefakte haben wir ja schon So ist das ja Ganz easy geschichte Nice, da haben wir 5 Level, glaube ich, geschafft Soweit ich mitgezählt habe Ja, 4 und das K Und wenn das im nächsten Part nochmal das gleiche ist Dann haben wir das fertig Oh Gott, Raketenpassrock Hört sich schon mal sehr gut an Ja, das aber erst im nächsten Part Ich bedanke mich fürs Zuschauen Hoffe euch hat der Part hier gefallen Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal Bis dann und ciao